Ach, heute rolle ich mal Arne. Ach, ja. Sooo, Arne gerollt. Wie geil! Bäm! Feel Good Podcast, Solo-Folge vom Dienstag, 21. Dezember. Boa, Weihnachten kommt näher, Weihnachten kommt näher. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung per se, aber ich bin jetzt in dieser Phase, wo so Weihnachtslieder in meinem Kopf rumschwirren die ganze Zeit. Heute ist es... The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Leleleleleleleleleleleleerc. Immer wenn man nicht weiter weiss. Let it snow, let it snow. Lädens nur. Eins verpasst. Ja, irgendwie, keine Ahnung, meine Freundin und ich, wo wir auf die Lanzerheit, in die Lanzerheit, hinter die Lanzerheit, neben die Lanzerheit gefahren sind, haben wir Christmas-Playlists laufen lassen. Aber die selber kuratierten, sozusagen, wo dann auch ab und zu ein bisschen Crazy Shizzle dabei ist. Zum Beispiel kennen Sie sich alle Santa Claus is Coming to Town. Klassiker. Es gibt eine Bruce Springsteen-Version, live. Ja. Die muss man mal gehört haben, kann ich nur sagen. Und genau, das ist auch ein grosser Teil gewesen vor meiner Woche, seit ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Nämlich Lanzerheit, Zauberwald, letzte Show von diesem Jahr. Und das ist richtig geil gewesen. Es hat super Spass gemacht. Ich muss es vielleicht ein bisschen ausholen. Der Zauberwald, Lanzerheit, ist eigentlich den ganzen Monat. Ganz, ganz tolle Sache. Normalerweise mit Konzert. Oder auch immer mit Konzert. Und jetzt zum ersten Mal haben Sie gefunden, Sie machen eine Comedy-Show. Charlie, Oropax und ich durften quasi einen Mix hier oben machen. und das ist durch das natürlich auch ein bisschen Testversuch, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Dann muss man ja mal schauen, wie das funktioniert. Auch für die Beteiligten. Und das ist logischerweise draussen, weil es ist effektiv der Zauberwald mit ganz, ganz toller Lichtinstallationen und so eine Mini-Wiennachtsmart, sozusagen. Und dann kommen wir für den Soundcheck an, den Charlie und ich. Oropax, die sind gerade noch in Arosa gesehen, weil sie dort am 2-Uftritt hatten, am Humorfestival. Und danach mussten sie über die Wiese auf die andere Seite vom Berg, sozusagen, zu Lanzerheit. Und darum haben Charlie und ich einfach zusammen Soundcheck gemacht. Und dann sieht man das natürlich zum ersten Mal so richtig, die Bühne und so. Und dann heisst es ja, so ein paar Tausend Tickets sind weg und so. Und dann findest du, okay, das ist recht viel. Und dann haben wir beide ziemlich starke Flashbacks bekommen zu einem anderen Aussenauftritt, wo ich will jetzt mal sagen, nicht so ultimativ gesehen ist. Das ist im Grunde keine ganz tolle Idee gewesen. Nämlich jeder Rappenzelt kennen ja die meisten noch, nehme ich jetzt mal an. Die haben mal gefunden, es könnte doch noch so als Warm-up vor dem Konzert noch ein Comedy-Act geben. Das klingt doch super, voll geil, machen wir. Europaplatz, Luzern, läuft. und der Oben, den ich bekommen habe, ist gesehen, zuerst als Haupt-Act Hecht, wohlbemerkt, aus Luzern, am 8. oder also gesagt, um viertel ab 8. Ich bin am 8. gesehen, um viertel ab 8. die Hecht und um 10. dann Mimics, wohlbemerkt, auch aus Luzern. Und was ein bisschen untergegangen ist in dem Ganzen, ist zu kommunizieren, dass zuerst noch ein Comedy-Act am Start ist. Und der Moderator, ich sage jetzt nicht wer, weil ich mag es sehr, und ein guter Typ, der hat auch nicht das Gefühl kann, man muss das ja warnen. Und ich suche jetzt, ich kann noch nicht mehr ein Video davon. Der Anfang war, Europaplatz, Luzern, bumsvoll, alle kommen, alle sind dort und warten und der Moderator sagt, wer ist da für den Mimics? Und alle so und dann sagt, und wer ist da für Hecht? Und alle und da ist der Joel Vermutzenbacher. Und ich habe das Video gefunden, einen Moment, ich probiere das jetzt direkt ins Mikrofon abzuspielen. Achtung. Hier ist der Joel Vermutzenbacher. Hier ist der Joel Vermutzenbacher. Ich glaube, man hört mehr Buh als Ue. Das ist natürlich nicht so gut. Wie ich schon im vorletzten Solo-Podcast gesagt habe, der Rahmen sollte eigentlich schon abgesteckt sein für eine Komödie Auftritt, damit das dann irgendwie einigermassen funktioniert. Und das war heftig. Und irgendwie haben Charlie und ich mir so ein bisschen bedanken und gefunden, könnte das auch wieder so werden. Und logischerweise Happy End in dem Fall überhaupt nicht. Weil das sind effektiv alles Leute, Tickets gekauft haben zum Comedy zu schauen. Und die sahen so etwas for ready und man muss dazusagen, es hat irgendwie nicht übertrieben, es hat minus acht Grad gehabt. Am Sonntag viertel ab acht ein und ich angefangen, dann ist Charlie den Oropax und ich fange so an und es ist vielleicht zwei Minuten gegangen und habe gemerkt, mit irgendetwas habe ich sie gesehen, was ist das was ist das für Geräusch, das hat so dumpf so dann sie denkt, hä, stampfen die und als ich auf der Bühne sah sie klatschen, habe gemerkt, ah, das ist, wie sie alle in ihre Händchen klatschen und irgendwie, als ich das erwähnt habe, sind sie trotz der Kälte sehr schnell warm worden und es hat so Spass gemacht, es war so geil ein völlig anderer Groove weil es draussen ist, andere Energie die Leute stehen das ist eigentlich auch nicht normal aber es hat super gepasst und so Spass gemacht ich habe wahnsinnig gerne noch länger gespielt aber ich habe ja meine Zeit gehalten wie sie gehört und nachher natürlich zwei drei Gliebe getrunken und den anderen zu schaut und so und es ist wirklich unglaublich kalt also darum vielen vielen Dank alle die gekommen sind dass das so geil mitgemacht haben dass ihr ausgekalt haben bis zum Schluss weil wir haben es gemerkt komisch fertig gesehen sind einfach alle weggerannt ein paar sind natürlich geblieben tolle Feedback Gästenbuch unterschreiben lalala darum hat gern mit zwei drei länger geredet aber superschöne reaktionen auch wirklich das das ehrt mich immer wenn Leute sagen sie hatten keine Ahnung wer ich bin sie haben noch nie etwas von mir gehört aber sie haben es super gefunden weil da habe immer das Gefühl ich habe doch irgendetwas richtig gemacht weil der Namen Alain sollte nicht ausschlaggebend sein für wie gut etwas ist und jemand hat gesagt von selber an mit Comedy was ich immer sensationell finde weil da passiert dann auch zum Teil sehr sehr viel und darum alle Menschen die gekommen sind vielen vielen wunderschönen Saisonabschluss hat wahnsinnig Spass gemacht wirklich sehr sehr geil und was auch unglaublich schön ist muss ich einmal sagen an dieser Stelle wie toll die Community wo noch keinen Namen hat zu dem kommen wir jetzt dann gerade irgendwie mitmacht in einem Podcast ich kriege so viele Mails von euch und ich weiss noch beim Radio wie es ist Mails zu kriegen im Sinn von wie fest man dafür muss kämpfen damit überhaupt irgendjemand schreibt und dass die so aktiv sind und so mitmachen das freut mich riesig will man sieben weitere Mails mit Vorschlägen führt Hörer in Schafft und da füllen wir jetzt gerade mal an wie war denn zum Beispiel das Mail da Hallo Joel Finde deinen Podcast super und höre eigentlich jede Folge ausser dein Gast entspricht mir jetzt nicht so gibt immer was zum schmunzeln oder auch zum grölen geniesse die Adventszeit und rutsche flott in ein gesundes und vor allem auch erfolgreiches 2022 grüßli Alin Danke vielmal Alin Los auf die Folge wo der Gast dir nicht entspricht dort passiert zum Teil auch wirklich gutes Zeugs aber für das habe ich jetzt auch schon eine Lösung bereit die nächsten zwei Folgen was ist das Heilig Oben und Silvester werden Spezial Folgen mit so einem kleinen oder eher grossen Rückblick aufs Jahr mit persönlichen Highlights aus den einzelnen Podcast freue mich sehr drauf Vielen 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 Dank Alin das ist kein Namens Vorschlag sondern einfach sehr sehr nach die Message denn haben wir da lieber Joel mein Vorschlag viel Goodies oder Good Feelers weil wir uns ja immer gut fühlen wenn wir deinen Podcast hören und noch mehr wenn wir ihn schauen also wir weiss ich nicht aber mir geht es immer so also immer auch nicht denn bei Nummer 81 habe ich mich echt gelangweilt aber das macht nichts bis dahin wurde ich sehr gut unterhalten habe neue Leute und vieles über die Comedy Szene kennengelernt liebe Grüße Marlies Dankeschön äh welches Nummer 81 war muss ich schauen schauen ach komm schau so previously dann hast du die gelangweilt okay das ja finde ich spannend finde ich spannend ähm ich habe mich damit gar nicht gelangweilt aber hey Geschmäcker sind verschieden so auch in der Comedy und so auch bei den Podcasts darum vielen Dank für die Feedback und viele Goodies muss ich schauen ob man das schon eingenehm gehabt hat Good Feelers haben wir glaube ich noch nicht gehabt weil wir haben Good Fellas Fellas irgendwie so das haben wir schon gehabt aber wird auf jeden Fall markiert und gehört auch zu den klaren Vorschlägen denen zuerst einmal ein riesen danke für deine Podcast danke dir ich höre ihn mir zwar erst seit circa einem halben Jahr an aber dafür kann ich nun aus dem vollen schöpfen und auch ältere Folgen von denen mich deine Gäste interessieren anhören einer fehlt noch im Faden Körbli Michael Schweitzer Yes ist definitiv auf der Liste Ok bin ein Comedy-Männer-Fan ich gebe es zu Hey es ist auch ok Comedy-Männer-Fan jetzt zu der Namensfindung für deine Hörerschaft ich war sehr erstaunt dass in der letzten Solo-Folge dieser Name noch nicht erschienen ist deswegen kommt er nun doch von mir Goodies von Good und Godies Hundekekse abgeleitet ich freue mich schon jetzt auf dich im Old Capitol in Langenthal hoffe ganz fest es findet statt ohne 2G Plus bei 2G bin ich dabei aber das Plus werde ich wohl nicht machen wünsche dir noch eine schöne Adventszeit und dann frohe Weihnachten ganz liebe Grüße Janin PS hat es extra nicht auf Bahndeutsch geschrieben ok wieso wieso wirst du Plus nicht machen und das Plus hat mir zum Beispiel bei 2G ist mir geimpft oder genesen und mit dem Plus waren wir mit dem Booster waren wir sowieso dabei darum ich freue mich auch auf lange du und hoffe sehr dass du kannst was auch immer die Bestimmungen sind und Goodies an sich haben wir in dem Fall auch noch nicht gehabt und wird jetzt auch markiert Naxti Vorschlag liebe Joel ich habe soeben deine Solo-Folge vom 8.12. gehört und habe auch noch ein zwei Ideen für den Namen deiner Hörerschaft Mutzis diese wurde bereits genannt finde ihn aber wirklich sehr passend Mutzelurs finde ich auch spannend heute heute war übrigens das erste Mal dass ich eine Folge mit Gast übersprungen habe da ich so gespannt auf die Vorschläge war die du bereits erhalten hast natürlich wird die Folge mit Philipp Funkhauser danach nachgehört liebe grüße Mirjam ja unbedingt nachhören sehr sehr geile Folge muss ich sagen auch sehr lustig und Mutzis wenn du sagst das ist schon genannt worden ich mache dann die Liste wenn sie vollständig ist komplett nochmal aufgelistet und dort wird natürlich der erste Vorschlag berücksichtigt du würdest aber eine spezielle Warnung kriegen falls das gewinnt und weiter geht's mit Hallo Joel du hast schon viele tolle Vorschläge übergekommen du hast wirklich sehr kreative Zuhörer das finde ich auch wirklich ich habe mir auch Gedanken gemacht habe die gleiche Idee wie die Moni darum schließe ich mir ihren Vorschlag an wir sind deine Mutzis Joels Mutzis oder Joels Mutzis bei der Schreibweise bin ich noch unschlüssig einmal mit aber und einmal ohne ich glaube ohne wäre schöner ich wünsche dir und deinen Liebsten vorherz schöne Simona eine von deinen Mutzis da kommt schon ein bisschen Pressure einfach schon unterschreiben mit dem Vorschlag also Mutzis wird mehrmals genannt ist aber am Schluss halt auch eine Auswahl Möglichkeit denn haben wir hoi Joel ich war letzte Woche zu faul dir ein Mail zu machen und habe dir auf Insta geschrieben nun habe ich irgendwie ist deine Hörschaft ja ein Goodie für dich und natürlich für uns liebe Grüß Faye also da muss ich schauen Janine hat das vorgeschlagen jetzt wenn du es schon auf Instagram vorgeschlagen hast ich schaue wer zuerst gesehen ist und letzte Mail Nachricht die ich hier habe ist ein bisschen längere wie sollen sie denn heissen Salut Aramis Ah ein Experte das ist mein zweiter Vorname bei einem kurzen Exkurs auf Wikipedia ist mir dein geschichtsträchtiger zweiter Vorname aufgefallen das brachte mich direkt zu einem Vorschlag für die Benennung deiner Hörer Innenschaft die Mutzketiere abgeleitet vom Roman die drei Musketiere von welchen einer Aramis heisst richtig das ist eine von meinen ersten Nummern gesehen wenn man es so kann nennen wo ich erzähle dass das mein zweiter Vorname ist weil wirklich wahr meine Mutter und mein Vater haben damals diskutiert wie ich jetzt heissen und das ist Joel oder Aramis zum ersten Vorname und mein Vater hat dann gefunden ich soll Joel heissen zum ersten Vorname weil sonst würde ich in der Schule nur drunter kommen sagen wir mal hat aber noch nicht gewusst dass ich in die Steiner Schule gehen die ersten paar Jahre von meinem Leben mit Namen wie Tassilo oder Teutobald und das ist schon fast zu konventionell gesehen und mein Mutter hat mir das früher immer gesagt dass das ein von Musketieren ist nämlich der mit der Königin damals und ich habe immer gesagt dass ich besser fühle aber ich mag Aramis sehr ich finde es sehr tolle Namen es gibt noch ein Barfen was er heisst es noch ein Park und ja mehr die drei Mutzketiere nein die Mutzketiere abgeleitet vom Roman die drei Mutzketiere richtig ich höre deinen Podcast regelmässig und freue mich immer wenn mittwochs und freitags die neuen Folgen sei solo oder mit Gast erscheinen yes heute ist sogar zischstig manchmal konnte früher da ich aber meistens schaffe ich es nicht da ich auch andere Podcast Comedy Männer Sprechstunde Herrgöttli Endstation höre ist mir schon mal aufgefallen dass diese alle eine Bezeichnung für ihre Hörerinnen außen haben und diese bei deinem Podcast fehlt nicht dass es zwingend nötig wäre aber als ich deinen Aufruf zur Einsendung von Vorschlägen hörte lagen mir einige gleich auf der Zunge Good Fellas nein Good Feelis Good Feelis abgeleitet vom Mafia Film Good Fellas mit Ray Lyotta ganz geile Film Feelis Feelers Gutzis als Wort Kombi von Good und einem Nachnamen Mutzlis wurde glaube ich auch schon genannt das ist der Spitzname meines Sohnes abgeleitet von Mutzus einem Bärenjungen in den Doppelhaas Geschichten von Lina Badil nice gespannt warte ich nun auf deine Auswahl und natürlich das Ergebnis der Abstimmung und freue mich auf viele weitere Folgen von und mit dir liebe Grüße Michi Danke vielmal Michi Danke 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 allen die geschrieben haben Marlise oder Marlise weiss gar nicht Janine oder Janine sorry Miriam Simona Faye und Michi sensationell wir haben noch ein paar neue dazukriegt die werden auch auf die Liste kommen und da haben haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit doch da haben wir noch ein paar Tage Zeit wir haben gesagt bis Weihnachten oder so und dann geht es los und dann wird abgestimmt yes ich freue mich riesig ich finde das wirklich ganz toll was dir da alles einschickt eben dass ihr so mitmachen das freut mich wirklich sehr und wünsche euch jetzt nein eigentlich noch keine schönen Festtage noch nie noch nie weil der Freitag das ist ja eben der 24 kommt die erste Best of Folge die hat dann aber mit Bild wo wir ein paar Highlights vom ersten halben Jahr ausgraben haben und Revue passieren lassen und ich dazwischen immer noch irgend ein bisschen Bullshit labern also es ist so ein bisschen Mischung so ein bisschen Mischung aus Solo-Folge und Gast und wie auch immer ja werden auf jeden Fall tolle Folgen ich freue mich sehr drauf und wünsche euch weiterhin alles Liebe gehört gut durch die restlichen ein paar Tage bis zu den Festtagen ja nicht zu viel Geschenkelstress und wir hören uns wieder danke vielmals für's Zuhören bis bald Peace Peace ich